peace meine freunde und herzlich willkommen zur neuen video auf diesem kanal heute sind wir mal wieder in bodensee rp und zu guter anfang gebe ich euch jetzt erst mal noch eine info es werden jetzt mehr timelapses kommen weil ich damit den steve tech discord server promoter der keine promotion braucht dass er auch mehr in die öffentlichkeit geht ihr könnt gerne join so ist es nicht unten in der video beschreiben natürlich direkt verlinkt und die timelapses sind natürlich vielleicht auch für euch um mal zu gucken wie ich baue natürlich in schnell format so jetzt habe ich es ganz vergessen wir haben uns ein neues auto gekauft warum seht ihr jetzt warum ist die der dreckswagen jetzt plötzlich karkbraun was ist denn das und wir werden heute nicht körger machen weil wir wurden gekündigt weil ich da einen fetten unfall gebaut habe und deswegen fahren wir es heute einfach mal so wie oft werden wir angehalten was für komische menschen sehen wir also der soll es nicht spielen sein pc ist geschlägt oder sind internet und da hinten seht ihr das da kommt die porzelei was macht die porzelei sie wird uns anhalten das kopf grüße grüße der arbeitet nicht mal im zoll also rein theoretisch werde ich das jetzt als fehler pick follow me es ist verlor mir hat er nicht mal englisch kann also der ist wahrscheinlich irgendwie espanol gefühlt oder erst als stroke follow me geschrieben finde ich aber nur kontrol nur kontrol wie viel kann diese karre macht den paycheck da weg 200 240 ist maximum was ist hier los los ich drehe einmal in was für gefahrenzonen wir uns eigentlich hier begeben wieder all right tun wir so als wenn nie was passiert und spawn uns wieder ein auto cool und was hat das jetzt den user gebracht noch umzuschießen ich habe doch gerne mal irgendwelche projektideen in die kommentare in boden sehen sonst habe ich genug projekte und da wird auch viel viel kommen jetzt bald beziehungsweise es kommt schon viel ihr seht ja steam blindkauf rohblaststudio timelapse das rohblaststudio tutorial soll jetzt auch mehr kommen möchte ich mehr bringen und durch diese ganzen projekte und auch jetzt noch durch schule ich glaub mir es wird nicht jeden tag ein video kommen da werden mal abstände große abstände da sein die eine woche sind wenn es richtig anzieht also was ist denn das hier muss da führen aber war ein tag als staff passiert nichts also von duty war ja komplett langweilig auch für euch zuschauer vermutlich gesprächsthemen war natürlich viel gutes dabei aber man konnte wirklich nicht eigentlich ein tag als admin dann aber das hier ein tag als kein admin ganz ehrlich hier war noch nie und er direkt einen unfall gebaut und nochmal und der andere weg und der hat endlich sirene ausgemacht habe schauen wir brauchen wenn sirenen führerschein eindeutig meinungs meinung von ort dazu sirenen führerschein achtung auch nice ip von mir einfach mal kurz durch den brand zu fahren egal was für adhc ich habe doch gar nichts gemacht unglaublich wo ist der adhc gibt es nicht und er fährt mittig danke für nichts auf jeden fall kollega na ja 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 mache auch einfach mal so es gibt zoll dann nähern wir uns langsam bis ich gegangen er war gerade eben gar ab user glaube ich fahr lieber zu dem vor ja 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 die waren vorhin beide gar ab user also ganz ehrlich sie würde am liebsten die würde am liebsten weg scheppern sie dürfen weiterfahren ah ist jetzt noch eine kontrolle nein 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 so läuft das in real life nicht nein wurde eben dann schon kontrolliert wird er mich gerne ablösen was denkt ihr korrekt ja nämlich jetzt nach oben hin schön nach hinten gucken dass das ganze drauf ist drehen wir wieder und fahren zurück in der daily routine habe nur kurz getankt genau aber die tank ist leer nee die tank ist teuer 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 alles teuer ach doppelschranke dachte ich kann da ausweichen aber hab gesehen doppelschranke er kennt mich schon genau wunderbar super genau so ein marke der sein job wunderbar macht was macht denn das thw du siehst doch dass der rot ist mann 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 wunderbar dann fahren wir weiter als wäre nichts passiert und driften wir hier boah smover drift oder nicht sagt ehrlich mit zehn von zehn der drift sage ich so wie es ist die meiste action ist hier und am zoll und am zoll ist jetzt niemand mehr der action macht und hier ist jetzt auch niemand mehr der action macht sollte ich mal einen reinmarschiertest machen mike mike alfa charlie ist sicher am teuer gelandet kein feuer und keine verletzten eine person an bord geiles ap was sie da machen muss auch mal pilot werden seht ihr mich als pilot von beiden geiles ap beide fahren erst mal mittig servus grüße grüße von den malediven an dich ja weiter geht die fahrt wunderbar wo sind eigentlich die 23 spieler ich sehe sie nicht denke mal bei dem an der zielzeichen vielleicht paar zwei um genau zu sein einer bisschen durchgerast aber das sollte erstmal egal sein wie schnell ich bin finde ich also er gibt gut gas der wagen aber die bremsen sind verbesserungswürdig driften wir eine runde boah es nur dürfte zweiter heute an adrc braucht sich brauche ihn kommt braucht sich eines braucht sich hier komm her reparieren mann wagen reparieren grüße i cry max repariert man waren herrlich geiles hp machen wir jetzt mit dem nämlich abschritten reparieren reparieren nicht kaputt machen hallo der herr herr grüße das auto muss in die werkstatt ne dem auto geht es super ne also wie oft drifte ich denn heute in ein schild rein dann würde ich sagen das war es mit dem video mein wagen ist das zweite mal heute kaputt habt einen schönen tag tschö mit k